Gerader Leiter Feldstärke Induktivität Kreisförmige Feldlinie Formelzeichen H Inputs Magnetische Feldstärke Homogene Magnetische Permeabilität Ein Henry N N Die Anzahl wird berechnet Formel Formel Inputs ab Zeile 6 Formel in der Chapelle Einheiten Einheiten Ergebnis 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 Selbstinduktion Spulen Einheit Ampere pro Meter Lorenzkraft Lorenzkraft Magnetfeld Parallel oder Antiparallel Einheit Ampere Einheit Ampere Einheit Ampere Einheit Ampere Einheit Ampere Einheit Ampere